Jetzt sind nämlich schon alle dreck und alle draussen. Start zum Annenkreisaboy und den Vormobil in Zürich. Denkligessen werden die Spitze vor Fabrino, Gott von Galapagos und Pablo oder Pablo von Galapagos. Denkligessen also in Führung mit Kim Bürgel auf dem zweiten Platz, den Vormobil in Zürich mit Fabrino, Pablo der Böckchen, als Nicola Guilwer, das zuerst umbieten ist. Galapagos ist leuchtig, schick, entprüben es mit Leoplo. Mit das Feld durch den Bogen mit Taping S in Front, hinter Fabrino, dann Galapagos und Pablo durch den zweitletzten Bogen mit Taping S vor Fabrino, Galapagos und Pablo, Positionen sind für den Moment in Zucht und nicht anzustellbar, von was werden nicht ganz gegeben sein. Denkligessen, Fabrino, nach Schluss das Duo Galapagos, innen, Pablo aus. Wir haben uns noch einen Partner in den Kampffreuer. Als einziger geht jetzt hier Clement Leroy ganz innen. Denkligessen hat die Führung vor Galapagos, innen und Fabrino, außen. Pablo am Schluss ist fertig, sofort das Feld in den Bogen. Wenn Denkligessen vor Fabrino, dann Galapagos und Pablo. Wer kann hier noch entscheiden zulegen? Das ist hier die große Frage. Vorne ist Denkligessen an zweiter Stelle. Fabrino, der könnte sehr gut Galapagos, wird jetzt angefasst, um dran zu bleiben. Vorne ist Take the Guest, der geht nicht mehr aus einem Kuss. Wir wollen mal 300 Meter. Mit Take the Guest vor Fabrino, Galapagos noch nicht fahren. Vorne ist Take the Guest. Vor Fabrino, Take the Guest wird ein Applaus. Sie schauen sich um sie zuhause. Take the Guest. Mit Tim Böhm vor Fabrino und Galapagos noch nicht fahren. Wir haben den Tupen, der Battagverständiert wurde. Wir haben den Tupen, auch die nur Händen und die Kuss gemeinsam an. Auf nachfragen wollen Sie dann von Fabrino, aus dem Bogen. Wir haben einen Stadtechnisch zum Bogen. Wir haben die Kuss, über die Kuss Rabrino gemacht. Wir werden alle Kuss ab, das sind. Wir haben die Kussi und die Kuss jetzt.